Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Batman the Teldar Seria. Episode 1. So, beim letzten Mal sind wir ja hier in der Bad Höhle, oder wie die genau schon wieder heißt, ein bisschen rumgekommen. Wir haben den Kotex angeschaut. Hier schauen wir jetzt die Medienberichte an. Staatsanwalt Don Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Goffin Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fehlt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Goffin, was sowohl die vermehrt Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Goffins jüngsten Staatsanwalt wurde, war sein beantrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Leutnant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit befürworten. Boah, hey, das ist ja wirklich ausgetüftelter Spiele. In Reaktion auf die alarmierten Zunahmen des kriminellen Gordons in Goffins Unterwelt hat Kommissioner Peter Gordon von Gotham City, Polizeileutnant James Gordon, mit der Führung einer Sondereinheit betreut. Früher am Tag betonte Leutnant Gordon in einer Pressekonferenz, wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt, wie werden sie finden. Von seinem Eintritt in das Gotham City Police Department und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlastung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihn das Marinekorps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Wayne Enterprise finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Alter Wüth. Letzter Artikel wahrscheinlich. Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprise unter Leitung von Robert und Regina Zellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlungen der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas & Martha Wayne Memorial Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und moderner Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten, um den leidenden echten Heilungen angedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet. Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlastung zu implementieren. Ja, richtig, richtig interessant. Also, ihr müsst jetzt nicht meinen, dass ich... Hauptbildschirm wäre ja den John wie am Schluss sagen. Ihr müsst im Fall nicht meinen, dass ich jetzt hier die Nachrichten wirklich alle verfolgen kann. So, dann Datenschnittstelle. Oh, und jetzt kommt sogar noch ein Stuhl raus. Ach, wie schön ist das denn? Finden wir aus, was hier richtig war. Wir haben ja jetzt einen Datensettel. Festplatte verschlüsselt. Bedeutung, zwei Kitchens, eine Kirche, ein Gymnasium, ein Basketball Court, und ein Filmtheater. Und jetzt, ich finde dich immer hier. In einer schweizenden, schweizenden Kavre. In front of a Computer. Ich bin hier mehr als die resten der Haus. Du kennst das. Dann müssen wir eine 8. Kavre hier bauen. Ich kann jetzt die Hühner sehen. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur. Bedeutung. Hologram. Ich will auch so ein Hologram. Was muss ich denn jetzt machen? Hm. Hm. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. The same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. That's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight and I had no interest in a repeat performance. For the record, your father despised men like Falcone. Thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I don't know. I already checked the codex. Not much to find, apparently. A few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. That guy's exhausting. After the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries. So did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right. You're right. I should have cancelled the event. I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I... I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stents? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I... Haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but... It was the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Hmm. Cobble... Cobblepot Park, 6.06. O, my God. Where are you, Oz? Where are you, Oz? Yeah, I always try everything. Where are you, Oz? Oh mein Gott Obdachler, Kleingeld geben Brennendes Fass ansehen Obdachloser Tja, jetzt wirst du noch untersucht Ok, so sieht die Untersuchung aus Etwas Gutes haben wir ja gemacht Und zwar, wir haben ihm ein bisschen Trinkgeld gegeben Ach komm jetzt Bruce, tu nicht so, als hättest du kalt Verspäte mich, treffen uns in der Oh Gott Oh Gott Ja, 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 ja Ok Einkaufswagen Kaffee 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 Ne, ich rede erstmal mit dem Dealer Ok, das war ja aufschlussreich Schauen wir uns mal die Statue an Schauen wir uns mal die Statue an Oh ja 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 Entschuldigung Das mit dem Q habe ich nicht zu draußen Ach ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Du hast ein bisschen, äh... Ja, gut wie neu. Wooh, das war richtig, kleine Schrapp, eh? Nichts, dass das System kickstarts wie ein Dach von Adrenalin, eh? Beside, jemand hat sich mit der RUBBER-Situation gehalten, hier. Na, danke für die Back-up. Ich habe dich weg von deinem Blut-Ivory-Tower, Bruce. Leicht, was ich kann, ist, dass du nicht schankst. Das ist sehr dankbar für dich. Ja, es hat sich, was, zwei Jahre? Und du weißt, was, ich habe noch niemals gemerkt, das ganze Zeit? Ja, das ist nicht warum ich dich hierher gebracht habe. Jetzt, ich versuche, die kleine Bruce, die ich mit diesem Ort war. Nachdem, wenn es nicht, wie das war. Dieses Park war etwas bedeutet. Ein Ort, für Kinder, für Familien. Die Leute kamen von all over zu besuchen. Oh, Mom und Dad, sie haben so viel Arbeit in hier. Na, das waren die Tage besser. Das waren sie. Ja. Ich dachte, wir werden wir als König sein, was ich gemacht habe. Wir beide. Alonso nicht. Wir beide. Ich gehe auf Gewohnen. Wir beide. Das war's. Wir beide. Wir beide. Das war's. Wobbe. Das war's. Oh, das ist eigentlich eine große Sache. Es ist lustig, was? Der gleiche Ort, die meine Familie zu schrauben. Du hast eine gute Leben. Wir sind in den gleichen Cirkeln, wie wir gemacht haben. Hobnobb und Party. Round-the-World-Vacations. Unlimited Potenzial. Meine Eltern sind auch weg, Oz. Ich weiß, Bruce, ich weiß. Aber ich habe meine eigenen Geheimnisse. Ich weiß nicht, Bruce. Ich weiß nicht, Bruce. Du wirst immer mehr interessiert. Du wirst immer mehr interessiert, als du dir selbst. Obwohl, ich war überrascht, zu sehen, Carmine Falcone, bei deinem Party. Er hat sich direkt nach Hause gemacht. Das Oily. Falcone war kein Geheimnis. Das ist es. Ich will nie wieder sehen, seine Gesichter. Das ist es. Das ist es. Wir können in Bezug auf das Recht. Falcone hat eine Stack von Causchen-Korpsen ein Meter hoch gemacht, vergrößt eine Familie wie meine. Alles er braucht ist ein kleines Pusch. Und... Es wird ein Geheimnis sehen, ihn auf der Bühne. Entschuldigung, Mann. Diese Reunion hat viel mehr Grimm, als ich erwartet. Die Dinge werden bald auf der Bühne, nicht? Aber wenn meine Reunion beginnt, wir werden die Bühne vergrößt, die Bühne vergrößt, die Bühne vergrößt. Die Bühne vergrößt. Wie gesagt, es wird nicht schön sein, es wird schön sein. Du schützt mich, Oz? Es ist ein Geheimnis. Ich hab mich für meine Seite schon lange. Schon viele Jahre vor dir. Und ich hab mich für meine Seite schon lange. Schon viele Jahre vor dir. Entschieden. So, wie die Brennerkonferenz wird, werden wir das nächste Mal sehen. Tschüss!